Heilung wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber Ach nö Schau mal jetzt kann ich da rüber Ne jetzt kann ich da rüber Und da muss ich schnell da rüber Irgendein Muster zu finden Okay Das war's für heute. Sooo, glatt. Wow, 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 wow. Ach ja, ich habe den Speicher mal wieder vergessen. Okay. 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 Ich werde jetzt in den Kammern wahrscheinlich irgendwo die Energie abschalten müssen. Okay. 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 Ja. Ich bin von einem angegriffen worden, während ich versucht habe, zu einem der Shuttles zu gelangen. Einige Idril waren vor mir. Vielleicht haben sie es zu den Shuttles geschaffen. Man kann den Idril nie trauen, sie sind... ...tod. Um... ...de Olden ist etwas. Aber nicht das, was wir wollten. Laden! Wir müssen einen Idril finden. Oder bedienen wir den Idril, der... Das war's für mich. Verpiss dich! Munro, alles klar bei Ihnen? Alles klar, Sid. Ich bin gerade dabei, die Absturzstelle zu erkunden. Bleiben Sie am Kommunikator. Mache ich, Sir. Ja, soll ich wieder speichern? Ja, komm. Oh, ich habe so gemeint. Eigentlich würde ich nur speichern, statt... Ja, er wisst schon. Statt, naja, hatte ich gespeichert. Zum Glück. Ich hoffe, der stürzt diesmal nicht ab. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Untertitelung.